So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und wir, also eigentlich Adi, aber ich musste das ja ausführen, haben das allererste Mal im WWE Shop bestellt, ja. Ihr wisst ja, ich bin Wrestling Fan, wer das nicht weiß, der weiß es vielleicht jetzt, deswegen gucke ich immer am Mittwochabend WWE Raw, am Samstag gucke ich dann immer WWE Smackdown und so weiter. Der momentan Roman Reigns mit seinen gebleichten weißen Zähnen, das erhält einfach meine Nacht, das finde ich richtig schön und wunderbar. Auf jeden Fall, klar, früher war Wrestling besser, sagt jeder, sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Früher, Wrestling, einfach nur komplett Unterhaltung in dem Sinne, alles war lustig, alles war genial, alle waren bunt, alle waren voll übertrieben. Dann Wrestling, brutal, die Attitude Era Wrestling war richtig heftig, plötzlich nicht mehr bunt und lustig, plötzlich cool und dreckig, ne. Aber momentan, was sich dann dazwischen entwickelt hat, haben viele Leute nichts mehr mit anzufangen gewusst, was ist denn? Und deswegen ist es eigentlich traurig, aber ich wollte was unterstützen, ich wollte die WWE unterstützen, die ist nämlich darauf angewiesen, dass so normale Leute wie ich ankommen und WWE Produkte kaufen. Und deswegen habe ich gedacht, in der Werbung wird mir immer so viel gezeigt, jedes Mal, wenn WWE drauf ist, da ist ja bekanntlich, 80% kommt Werbung zwischen den Sendungen, also mitten in der Sendung Werbung und so 20% ist dann eigentlich nur Wrestling drauf. Weil auf Tele 5, ach Tele 5, auf ProSiebenMax, gefühlt, kommt halt wirklich alle 5 Minuten, 10 Minuten Werbung und 5 Minuten später dann auch wieder. Jetzt habe ich gedacht, da wird immer zu der WWE Shop angepriesen. Guckst du einfach mal da rein, was kannst du dir denn besorgen, von welchem Superstar der momentan richtig durch die Decke geht? Brock Lesnar ist auf jeden Fall genial, feiere ich. Auch diese zerstörerische Art, wie sie dargestellt wird von ihm und dass er einfach so eklig und böse durch und durch ist, wie auch im realen Leben, wie sie immer sagen. Aber von dem hört man ja aktuell wieder nichts und ich habe auch nicht wirklich was gefunden. Braun Strowman wäre so ein Kandidat noch, den ich übelst abfeiern würde. Lars Sullivan, sogar den feiere ich, weil der einfach ankommt und dann war es das. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was euer momentaner Lieblingswrestler ist oder Lieblingswrestler war. Ich habe ein was gefunden, das ist ein bisschen anders als gedacht. Alle kaufen sich nämlich coole Wrestling-Klamotten, T-Shirts, Pullover, mit denen sie draußen rumlaufen und angeben oder ihren Lieblingswrestler unterstützen. Ich habe ein was gesehen, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so kitschig und komisch gleichzeitig, sozusagen wie ein Weihnachtspullover, ein richtig komischer Weihnachtspullover. Aber von einem Wrestler, den ihr alle kennt, den ihr alle mögt, hoffe ich. Deswegen habe ich beim WWE Shop bestellt und habe das hier bekommen. Guck mal, ein Schlafanzug, ist das nicht genial. Wenn wir den jetzt aufmachen, das ist XL. Ich weiß gar nicht, wenn ich so umdrehe, erkennt man vielleicht ein bisschen mehr. Hm, wer ist das denn? Sieht aus wie eine Leiche. Ich habe so einen Pullover gesehen vom Undertaker und habe mir gedacht, das erinnert dich trotzdem an diese komischen Weihnachts-Overrolls, die die meisten immer anhaben, wenn irgendwas ist. Das ist so ein richtig extremer Pulli. Guck dir den mal an, hinten drauf. Da kriegst du doch schon Augenkrebs, oder? Hier, Undertaker, Undertaker, Undertaker. Du hast hier immer, du hast die Urne hier dabei. Du hast, du hast die Urne, du hast dieses teuflische Zeichen. Du hast hier, naja, sind das, sind das Schneeflocken? Das ist doch einfach ein Weihnachtspullover. Du hast den Grabstein, rest in peace. Der ist auch übelst glatt und samt und lecker, aber das ist ja noch nicht alles, weil das ist ja nur die Rückseite. Adi, findest du es auch lecker? Ihr habt hier, oh, ja ist ja gut. Und jetzt? Nicht reinbeißen. Ihr habt hier oben schön das WWE-Logo drin, ja? Ihr habt hier so Kettle, WWE-Shop. Das ist hier, das ist offiziell. Ihr habt hier so ein Hologram-Dings. Guck, Adi, Hologram-Dings. Aber guckt euch die Vorderseite an. Undertaker. Denn unter diesem ganzen Wirrwarr ist einfach noch ein heftiges Bild vom Undertaker, wo er kniet, die Hand ausstreckt, immer nach der Urne verlangt hat. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und das ist auch übelst glatt und weich und alles so komplett samtig. Unten steht auch noch mal, rest in peace, rest in peace. Der hat hier so einen Bund. Der hat auch an den Ärmeln hier so einen Bund. So einen, ich weiß nicht, das sind so Undertaker-Farben. Irgendwie komplett kitschig auch. Aber irgendwie auch weihnachtlich und cool und alles gleichzeitig. Adi, was sagst du? Ist das cool? Ist das nicht cool? Ich zieh's mal kurz an. Ich zieh's mal drüber. Dann können wir gleich alle lachen. Ich hab keine Ahnung, wann man sowas anzieht. Einfach zu Weihnachten gemütlich mit dem Glühwein auf dem Sessel sitzen. Wrestling gucken. Und dann, ja, einfach halt hervorstechen. Aus der Masse. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das sind überall, da sind überall Klammern drin. Die hätte ich vielleicht vorher raus machen sollen. So, wir haben den jetzt hier an. Wie sieht das aus? Sieht aus wie ein Schlaffanzug, oder? Wenn ich mich mal hier rumdrehe und das so zeige, guckt euch den Schlaffanzug an. Richtig heftig. Das ist jetzt mein neues Wrestling Outfit. Mit dem Undertaker drauf. Mit dem Bild dabei. Mit Bauch, mit allem drum und dran. Adi. 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 Adi, wie findest du's? Toll, Adi beißt wieder in den Pullover. Du sollst nicht immer meine Hand essen. Naja, oh komm. Ich bin schon wieder hungrig. Gebt mir. Aber das ist noch nicht alles, denn ich habe schon länger eine Hose gehabt. Eine Hose, die auch komplett übertrieben ist und komplett bunten und komplett chaotisch. Und das ist die Hose hier. Und ich glaube, das ist einfach das perfekte Weihnachtsoutfit. Die habe ich mir schon länger bestellt. Ich glaube, die gab es sogar mal auf Wish oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Hose. Wenn ihr hinten guckt, die ist auf jeden Fall richtig schön bunt. Dann habt ihr hier. Dann habt ihr hier Donuts. Ihr habt Duffbier. Das ist auch so weiches Material. Wieder mit einem Bund. Wieder hier mit alles so Sandeck. Und wenn ihr die Fonne rumdreht und von vorne anschaut, ist hier einfach ein betrunkener, hungriger Homer drauf. Der nackt bis hier rüber geht, das eine Bein entlang. Auf der anderen Seite hier rüber geht, das andere Bein entlang. Hier drüben einfach Krusty Burger, Krusty Pommes, Duff, nochmal alles dabei. Das sieht auf jeden Fall richtig interessant aus, wenn ihr so eine abgefuckte, bunte Hose anhabt und dazu so einen abgefuckten, bunten Pullover. Also wer zieht sowas freiwillig an, frage ich mich. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich kurz hier rein schlüpfen noch extra für euch, dass ihr das mal ausseht. Das Ausmaß der Misere, wenn alles komplett ist. Ich habe damals gedacht, Dresden Musikvideo einfach mit der Hose, aber ich weiß nicht, jetzt mittlerweile mit der Hose und Pullover wird vielleicht ein Schuh draus. Ja, so jetzt habe ich die an, oh mein Gott, die Hose an, die betont ordentlich. Ich setze mich mal wieder hin auf mein Klo, guckt euch das an, wie geil das aussieht, oder? Hier einfach mal so eine Simpsons Hose, an meinem Bein entlang geschlängelt, zack, an der anderen Seite, Simpsons Hosebein, Schritt, Undertaker Pullover, so sieht auch ein Wrestler aus. Ich komme mir schon vor wie Bray Wyatt im Firefly Fun House. Ich stelle mich nochmal hin. Ich glaube, der Adi findet das irgendwie alles sehr merkwürdig, beziehungsweise der versucht schon wieder die Klospülung zu betätigen. Was sagt ihr zu dem Outfit? Habt ihr auch schon mal im WWE Shop bestellt? Wie gesagt, was ist euer Lieblings Wrestler? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hier kratzt auch das Schild. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.